was glaubt ihr kommt zu einem neuen video heute zocken wir ice cream 3 der dritte teil von dem ice cream spiel von dem blöden eismann und ich würde sagen wir klicken direkt auf spielen alles gut aber ich muss es im ice cream 3 spielen habe ich euch ja versprochen alles klar jan war 1983 ok mikro an alles klar zwei kinder werden seit einigen fragen vermisst wenn jemand etwas weissen von mir und die polizei schnell das ist doch dasselbe das ist doch dasselbe intro bei ice cream 2 ist es jetzt wieder gleich bei ice cream 1 und bei ice cream 2 und hier ok ich habe eine steinschreude bekommen ich kann nicht raus alles klar scheiße hier ist auch blockiert jetzt wo meine eltern ja ich komme weiterlesen alles klar 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 wenn sie das verheimlichen dass seine eltern weg sind die blöden tür nicht gehen alles klar weil da kann die steinschreude bitte mal auf seite gehen stört mich ein bisschen bei der sehen ich kann natürlich wieder nehmen ich kann nicht mal die schubladen öffnen ok dann kommt die steinschreude an meine hand ok hier ist auch nichts ok hier ist mein zimmer aber nur das bringt mir leider auch nichts meine güte ok hier sind aber keplerians also das sind die m von den kühlschrägen warte mal ganz was was das sind das keplerians ist nämlich dass wir immer dieses spiel gemacht was passiert wenn ich jetzt hier muss ich eingebe jetzt steht der booster xr boah das ist so geil ok ich würde sagen das lasse ich jetzt einfach mal so ich hätte nur gedacht guck mal jetzt ist der booster xr kühlschrank alles klar aber auf jeden fall müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen sachen erkunden hier sind die hausschlüssel so und die steuer ist jetzt weg hallo die blöde tür ich hätte gedacht ich komme hier nicht mehr raus muss das spiel neu starten geil ja wir sehen hier nur die tür öffnen oder eben springer lacht laut elektro geil elektrisches gewehr oh geil hey wo ist das hier eismann oh mein nein nein verdammt oh mein es ist geärsert kein dem manchen okay drin warte mal ganz kurz schnell ich würde sagen ich gehe in mein haus so mal gucken ob der eismann nicht dass er ihn verfolgt mal gucken ob er weiß dass ich haushaltsverbot habe so habe ich ihn nicht mehr oh mein haushaltsgeset 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 eismann einen nein 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 verdammt hallo sieht das ist ein bruch der eismann ist bei mir eingebrochen die kleine Ruh ist mir achten alles klar du kleiner bist du gerade wirklich in mein haus reingekommen na warte das wird eine geben ich hab jetzt meine zwei schweiger am stradr 04 ich habe drei schüsse übrig ich muss die tür noch mal kennenlernen blöde tür 3 raus doch jetzt okay das hier ist einfach so ich meine natürlich das spiel das hier in der werbung vorkommen und nicht ice cream aber nein nicht okay ist die was leute ich rede ich rede weiter wenn die werbung fertig ist ich rede nicht so lange die werbung noch läuft eigentlich ist die werbung gar nicht gelaufen und es war einfach nur so ein scheiß bild da also ich konnte nicht spielen weil sonst könnte ich mir das spiel nicht runterladen okay fällt jetzt um das wäre mega geil ich bin nämlich jetzt noch raus gekommen denn ist werbung gekommen hallo hat es noch überlebt ach du heiliger zu eilen jetzt gehe ich da raus let me go outside nein oh nein verdammt im namen des gesetzes nein eigentlich der erste namen des gesetzes ein passendes wort dafür gar nicht kann wieder scharf schützen obwohl das war nicht weil er nicht das war ein bisschen zu vermessen nö von dem ähm es gibt noch ein video aber nicht in den kommentaren kann ich jetzt bitte mal in den wagen oh ne wagen ich soll doch mal explodieren gehört wenn er der heißt verdammt fäll ja haha du kleine werbung züge aber warum konnte ich jetzt nicht da aufgerufen denn ich mache so viel starker haas oh doch geil kann ich so bis das freut ist endlich will ich ein bisschen scharf schützen so mehr gegner aua so ach schon gar nicht ähm weißt du ok das ist ja stress geht aber komm ich will er dir durch so nein ich wollte er nicht zumachen verdammt nein 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 ok oho ok Nein, verdammt, du kleiner Uhrensohn. Verdammt, okay. Aber Leute, ich würde sagen, das Video wäre es jetzt schon gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, geht es mir wieder da noch runter, abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Sonst wird der Eismann bei Thorsten euch töten. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.